Was passiert, wenn ein Instagram-Bodybuilder-MMA kämpft? Das Ganze fängt mit einem Sprung vom Bodybuilder an, welcher von seinem Gegner zurückgekickt wird, nur um dann von einer linken Hand getroffen zu werden. Was den Bodybuilder wiederum so wütend macht, dass er zu Suplex ansetzt, wodurch sein Gegner auf ihm drauflandet und ihn dann mit einer Vielzahl an Schlägen trifft, um ihn letztendlich durch Submission zu besiegen.